Ja, moin meine Leute, heute kommt dann schon die Auflösung, nach der schon viele, viele gefragt haben. Und zwar, wir haben ja heute exakt 20 Teilnehmer gehabt. Also wir haben insgesamt 20 Teilnehmer gehabt, mein Gott. Und ja, jetzt werden wir einfach zufällig eine Zahl auswählen und dieser Gewinner bekommt dann den Minecraft Key, beziehungsweise den Minecraft Account. So, einfach mal hier 1 bis 20 auf Generate und wir sehen, Teilnehmer Nummer 2 hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Teilnehmer Nummer 2. Ich gehe da mal eben kurz rüber und schaue mal, wer das ist. So, und dann sehen wir hier, der Gewinner ist DarkSlayer167. Du bekommst eine Minecraft Key, ich bitte dich, mich innerhalb von einer Woche anzuschreiben. Und dann wird das Ganze dann jetzt im privaten Gespräch geregelt. Ich will mich nochmal bei allen Teilnehmern dafür bedanken, dass sie teilgenommen haben. Und vielleicht kommt ja bald wieder ein Gewinnspiel. Ja, ich hoffe, wir sind dann alle nachher auf dem Server. Der ist gerade mal wieder down, weil die Trado scheiße ist, aber das wisst ihr alle schon. Also, DarkSlayer167, herzlichen Glückwunsch. Wir sind dann, bis zum nächsten Video.